Musik Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Charge Blast Ich weiß immer noch nicht, ob es so richtig ausgesprochen ist, aber egal Wir gehen jetzt drauf auf den Nice Gamer und den Mr. Joshua LP Ich hab natürlich, ja, ich muss für die gerne was erledigen Hi Hier hat Ja Okay Muss Erst Warten Ich muss gerade überlegen Bis die Die Kuh stoppt Er möchte nämlich gerne Leder haben Und brauchen noch ein Obsidian Das habe ich natürlich nicht Hä, wer Warte Ich geh sie Ja, ich warte mal Warte, ich muss gerade hier alles umstellen Hier Zoom Zoom-Effekt 3 Er hat nur unten ein Haus gebaut Ist ja geil Hab vier Ja, du brauchst auch nur vier So, ich muss erst mal gucken, wo für ihn eine Kuh ist So, kurz mal gucken Da hinten haben sie alle gebaut Sieht man natürlich nicht wie ein Nebel Ich brauche was, hä? Okay Da ist ja gerade mein Haus, ich muss daran denken Ja, der Bau, Flo, der Florian, der Florian Ich glaube, dass er Florian heißt, der Ja Da hinten sind Schweine Du brauchst gerne Wofür brauchst du denn jetzt? Das Portal ist schon fertig Wenn du das jetzt meint Also man kann jetzt in Neta und SSPVP jetzt wieder an Nein, warte Ich möchte zwar eine Kuh finden, aber Das geht auch Oder ein Pferd Ich muss daran denken, ich habe kein Home Also ich habe kein Spawnpoint Es wird dunkel Da, 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 und dann Da, 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 da Ja, Donner Mister Habe ich ja schon gesagt, dass er Ich glaube, dass er es gesagt hat Ich vergesse es sehr schnell Ich glaube, der Ich glaube, dass er schon gesagt hat, dass er gerne einen Zaubertisch machen will Das nehme ich mit Nein, nein, nein So, das kann ich natürlich mitnehmen So, da gehe ich da hinten auf die Steppe So, das sind insgesamt vier Leute Also natürlich nur zehn ein Projekt Und ich erstes mal was So, mal gucken Hier ist ein Skelett Ich habe Kürbische gefunden Natürlich geht das nicht Ich werde es reparieren Keine Sorge, Leute Ich habe so viel Erde, ich kann es reparieren Irgendwie, ich werde es nicht auswählen So, habe ich wenigstens etwas repariert Nämlich wenigstens zwei Kürbisse mit Verbrannte Warum denn jetzt schon wieder Ach, das nervt Oh, was ist denn hier? Tut mich mal In eure Konfi Äh, Leute Ich glaube, ich mache gleich einen kleinen Cut Weil ich denke, ich bin in der Konfi irgendwie Kurz mal gucken Aua, aua, aua Aua, aua, aua Es tut weh Es ist laut Es ist laut Ich mache mal kurz die Sounds runter von dem Aua Nimmst du auf? Ja Und es tut weh Ich nehme auch auf Bin ich zu laut? Was hast denn du? Äh, hast du ein Mikro? Das tut gerade richtig weh Bin ich zu laut? Du hast so ein komisches Piepsen Ja Ja, so ein Zombie bei einer Biene Ist so ganz laut Ja, jetzt weg Ich nehme meine Schuhe nicht Der eine hat seine Schuhe verloren Ich muss mal kurz was überprüfen Deswegen muss ich kurz einen Cut setzen Aber ich muss erst mal hier einen Creeper titten So, ähm Ich baue mich kurz Keine Ahnung Äh K.A Keine Ahnung Ich weiß Suche schon So, okay Da gibt's hier kurz einen kleinen Cut Um mal zu überprüfen Ob es immer noch so ein Echo gibt bei denen Also, bis gleich So, da sind wir wieder nach dem Cut Ja Also, es gibt kein Echo mehr Aber dafür ist er leise Hallo Ich kann nicht mal laut aufstellen Ich habe trotzdem so einen Mikro-Rausch Wegen dir Aaaaaah Mikro-Rausch Übel Nein Alter Ja, ich hasse das momentan Oh Bann Ja Aber ich habe es nicht geschrieben Der hat einfach mal kurz getötet Da ist eine Hexe Wie viele Hexen gibt's denn hier in der Welt Ich guck gerade nur auf eine komische Kuh Ich suche eine Kuh oder ich suche einem auch noch Nein, ich glaube, Major war schon der Erste Die hat Major ist nur kurz reingegangen Um zu prüfen Oh, ich habe Kuh oder gefunden Kuh oder Kuh oder Ja, ich kann auch Musikern machen, dass man ihn ein bisschen übertönt Was denn, dein Mikrofon ist so am Rauschen Mein Gesicht Ja, ist dein Gesicht Richtig hässlich Nein Jetzt hast du deine Stimme leise gemacht Rausch ich bei dir? Ja, klar Nein Leute, das macht mich einfach fertig Oh, jetzt wurde es gerade kurz besser Ja, es wird besser Ja, aber ich habe es jetzt umgestellt Ah, es ist laut Ah Deine Stimme ist laut Oh Jetzt besser? Ah Mann Jetzt muss ich dich leiser machen Weil deine Stimme so mega laut ist Ja, jetzt besser? Ja Rausch es? Rausch es? Nein Oh, endlich Und jetzt mache ich weiter Musikern Ich möchte dich trotzdem übertönen Ich habe doch gesagt, dass Das ist immer so Nein, kennst du nicht Ach doch, sag doch Du musst ja direkt um die Ecke Doch, doch Hessen und Thüringen Naja, ich habe München, das direkt um die Ecke Was? Du hast denn mit München? Ach so, ich dachte jetzt, wer ist der andere Dennis denn? Ja, ich verwechsel euch leider Aber ich weiß schon, wer Dennis und Also wer Dennis h.d. und wer der Network ist Ja, er heißt in Minecraft Hallo, Hühntchen Alter, was denn hier für eine Hühnerarmee? Töte sie Nein Ich suche da nur eine scheiß Kuh Oder ein scheiß verhindertes Pferd Töte doch einfach die Hühnerluft Ich möchte aber kein Essen Aber ich brauche Essen, natürlich Ich habe Wolle Ich brauche Essen Jetzt rauscht du schon wieder, was machst du denn da? Ich mache gar nichts Er macht sehr viel, Leute Er macht da irgendwas, er befummelt sich, glaube ich Keine Ahnung Ich bin jetzt am Abbrauen Ich habe keine drei Hände Das geht doch mit deiner Hand So, schwarz Wolle Huii Ich habe 2, um Minecraft zu spielen Also, welche Hand habe ich denn da noch? Deine Zunge Endlich, da sind Kühe Heilige Mutterkuh Ahhhh Alter, jetzt ist euer Ernst, jetzt ist hier eine Kuharmee Ich helfe sie alle Kuharmee, Kuharmee, Kuh... Ich habe Eisen geprinken Hier sind so viele Kühe Yayyyy Der versteht's nicht! Ich bin so etwa 1000 Blöcke entfernt! Und ich soll schnell das Leder hergeben! Dann platzierst du hierher das Leder. Natürlich! Natürlich! Also da hat die Hohen kommt mein Küstenleiter. Darum will ich euch was fleißig anbauen. Dann! Nein, die Kuh ist abgehauen. Aber ich hab sie noch getötet. Und ich hab gerade auch auf die Fein drauf. Immer auf die Fein drauf. Bin ich veranspendiert. Doch, nein, es kommt auch gerade auf. Auf. Waaah, auf mich zu verurteilen! Ich möchte doch gar nicht! Wartet doch mal ab! Die Hashtag Freiheit! Die Hashtag Freiheit! Nein! Warum versteht das keiner, dass ich jetzt so weit weg bin? Ich bin aber so weit weg, wie ein Geilpunkt trotzdem! Muss mal gucken. Naja, ich bin eigentlich nur 500 Blöcke weit gelatscht. Aber ich übertreib gern. Hier ist noch mal eine Kuh, die zum Sterben da war. Wo ist der Tisch? Ich hau den noch kaputt. Was hat er jetzt mit seinem Tisch? Was hat er jetzt mit seinem Tisch? Der Zaubertisch? Oder was? Ja, wir haben das. Habe ich den Zaubertisch gekräftet? Nein! Deswegen musste ich ja Leder fahren. Ach so! Ach so! Da ist eine Spider! Und hier ist eine Kuh! Und hier ist ein Huhn! Und hier ist eine Kuh! Und hier ist eine Kuh! Das ist eine Kuh! Und das ist eine Kuh! Und ich höre mich an wie Hannibal, glaube ich! Keine Ahnung! Lass dich ab und zu essen, wie Hannibal! Ich verrogen, ja! Und das war Manu! Das war so! 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 Nein! Der sagt... Das war so! Das war so! Das war so! Das war so! Das ist so geil! Das ist so geil! Das ist so geil! Nein! Das ist immer noch Manu! Nein! Das macht auch Taddle! Das hat das aber Manu davor gemacht! Das macht auch Taddle! Die sind auch Best Friends, wo er war! Das ist so! 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 Beachtet ihr nicht! Er hat eine Behinderung! Ich hab dich gemeint! Du bist so geistig! Ein bisschen weg! Wenn du zu mir sagst! Ja! Sorry! An andere! Hör doch auf! Meint dich nicht! Das hast du gefunden! Ja! Ich hab dich! Oh! Oh! Da kommt deine Schwester! Ja! Sie regt dich auch schon! Wir können hier raus! Wann nicht? Ey! Mann! Die Kühe wollen mich verarschen! die kühe weil mich verarschen hast du dich gemütet ich glaube ja jetzt war es auch wegen behinderten du auch mein schwester die auch gestern einfach boxen können aber sie 7 das ist das hier sind so viele kühe und ich glaube einfach 500 blöcke weit weg was soll der scheiß die welt will ich trauen hier sind fichtenbäume ich kann mir und ich holen ich hole mir und ist man da musst du selbst da kommen nein geht nicht nein nein das habe ich gar nicht gemacht mega krank und einer das hat sich gerade so japanisch angehört oh gott ich will das hört sich dann wie bei fairytale leute er krieg ich echt und krisen er das macht also es macht mir so viele erinnerungen und wer wird er habe ich nur 100 folgen geguckt ich komme doch gerade habe 32 also hier sind die berge ist das scheiße weil die mich verarschen welt ich glaube ich habe langsam aggressionsprobleme wegen miken nein das macht schon meine schwester nein danke ich weiß gar nicht mehr wo ich wohne ja ich habe sie verbraucht mama ja und die ist noch ein hund hier er stimmte sogar er war unter baum er war unter baum und hier ist noch ein hund der geht auch gerade unter den baum damit ein pixel wolf schall und hier ist noch meine kuh zum sterben da wo wohne ich wann seid ihr da in 100 jahren meine hunde sind gerade am schwimmen ich schwöre wenn es mal vorkommen sollte dass irgendjemand mein haus irgendwie komplett kaputt macht oder mir die komplette kiste liegt glaube ich auch mit diesem projekt wenn sowas vorkommt soll ich auch mit dem projekt habe ich schon mal gemacht aber das war ja nicht zum aufnehmen das projekt das haben wir einfach aus spaß gemacht es ist auch also man muss schon aufnehmen ab und zu aber man darf auch offline hier raus kommen aber schau mal siehst du alle die da sind außer du und ich ja nice gamer hat schon seit zwei monaten nichts mehr hochgeladen und der bau flow das er hat gerade mal zwei videos und das war es vor kurzem und ich versuche irgendwie nach hause zu kommen bei mir ist das gerade mal die dritte folge die erste schon da und das heißt die echo brüder ihr seid echt die echo brüder ich habe ein haus gefunden wer wohnt denn da alter wer wohnt denn da wir hatten sich wir hatten achso das ist von skorpion oder nein das ist von nice gamer ich wollte jetzt haut schreiben aber mit d ich habe ich habe kurz mal noch was zu essen ich habe auch noch drei kürbisse ich habe vergessen wo du wohnst ich habe nur einen nein creepy rar das ist ein creepy katz doch weiter ja ich repariere kurz ich habe keine ahnung was ich geredet habe aber egal ich habe keine ahnung was ich geredet habe aber egal ja so da sitzt du doch kannst du das mal so dann beende ich auch kurz auch die folge weil ich lag jetzt die erste folge und bin dann auch offline jetzt glaube ich werde ob wir immer noch mit einem kumpel oder so aber es ist einfach egal glaubst du ja nein zwölfe genau empfehlen wir dich nicht wölfe keine hundis hundis wärmt erst wenn du den knochen in die fresse stehst habe ich schon nein nein doch doch die haben halsband nein sie haben ein blaues bei dem einen kann ich es sogar ah ne die haben es sogar also ich habe nur rote farbe zurzeit dabei ja ich meine nur gelbe farbe also jetzt habe ich irgendwie ähm also ich glaube ich habe ein bisschen bei kevs zu viel geguckt alter ja hab ich gerade war bei mir auch grad ja da bin ich ja auch noch mal schnell die folge und ja leute ähm ja ich weiß nicht was ich sagen will aber egal okay das leute dann sage ich ja eben zombie ah ah ich muss mal hier ein bisschen aufpassen hast du eine ganz große frage hast du als komplex für das projekt ja kannst du mir das geben vielleicht ich erinnere es vielleicht noch weil es mir nicht wirklich gefällt schicken wir das später einfach mal aber das ist zurzeit mein bild drauf ja ich kann sonst die schrift schicken ja wenn du halt ohne dass du drauf bist ja okay also leute mache ich hier endlich schluss und ja dann sage ich endlich mal ciao und bis zum nächsten mal mach